Die wichtigste Botschaft ist vielleicht, wir fahren und zwar stabil und leisten damit auch einen Beitrag zum Funktionieren dieser Gesellschaft mit der auch in Krisenzeiten notwendigen Mobilität für die Menschen und der wichtigen Versorgung der Bevölkerung, der Industrie mit Gütern, die im Moment gebraucht werden. Und dass wir die Dinge so gut am Laufen halten, hat vor allen Dingen damit zu tun, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Tagen mit hohem Einsatz, mit großer Verantwortung und mit bewundernswerter Leidenschaft ihren Dienst verrichten. Und dafür würde ich gerne an dieser Stelle mal danke loswerden. Der Personenverkehr war von Anfang an unsere Devise, dass wir so viel wie möglich, so lange wie möglich und so gut und stabil wie möglich fahren wollen. Und dieses stabile Grundangebot fahren wir im Moment mit einer sehr hohen Verlässlichkeit im Fernverkehr, etwa 75 Prozent des normalen Angebots und im Nahverkehr in enger Abstimmung natürlich mit den Aufgabenträgern in den verschiedenen Bundesländern. Etwa 65 Prozent eines normalen Fahrplans. Ja, im Fernverkehr sehen wir im Moment ein Nachfrageverhalten unserer Kunden, das auf einem Niveau von etwa 10 bis 15 Prozent vergleichbar zu normalen Zeiten liegt. Und im Nahverkehr liegt es etwa, regional natürlich verschieden, etwa bei 15 Prozent gegenüber einem normalen Fahrplan und einem normalen Angebot. Wir tun das aus der Verantwortung für die Mobilität, die auch in Krisenzeiten notwendig und wichtig ist und die aufrechterhalten werden muss. Denken Sie an die ganz, ganz vielen Heldinnen und Helden, die wir in diesen Tagen sehen und froh sind, dass sie ihren Job machen können. Und auch die müssen natürlich zu ihrem Einsatzort kommen. Ärztinnen und Supermarktkassierer, Polizistinnen und Pfleger, all diese Menschen, denen wir im Moment in diesen Krisenzeiten so viel verdanken, müssen natürlich auch Mobilität sicherstellen. Und dazu wollen wir und möchten wir und werden wir einen Beitrag leisten. Und dazu wollen wir und möchten, dass sie ihren Job machen können.